Golden glänzt es im Morgenlicht mitten in der Stadt. Das berühmt-berüchtigte, nach seinem Gründer benannte Medienhaus ist aufgeladen mit Geschichten und Emotionen wie kaum ein anderer Ort Berlins. Von Beginn an ist das Axel-Springer-Hochhaus Provokation. Ein Ort der Meinungsmanipulation für die einen, für die anderen Symbol der freien Welt. Es ist bis heute ein politisch einflussreiches Haus, dessen Außen- und Innenwahrnehmung unterschiedlicher kaum sein kann. Über viele Jahre stand das einst direkt an der Mauer gelegene Verlagshaus im Fokus des Kalten Krieges. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bis zum nächsten Mal. Über dieujen Stunden